Hallo, du, hallo, jo, ich bin wieder da, ja, wollte ich nur mal sagen, ich bin wieder da, nach jahrelanger Abstinenz von Kunst für das Internet. Ich weiß nicht, was ich machen werde, aber ich mache wieder Videos, mal sehen was, wahrscheinlich Richtung Video, also ich werde wahrscheinlich Videos machen, die MP4 sind und wo man auch ein Bild sieht und Ton sieht, ne, also keine Ahnung, ich werde wieder Videos machen und ich habe wirklich keine Ahnung, was, wahrscheinlich einfach alles, worauf ich Bock habe, sei es Wetter, sei es Gaming, sei es Reactions, sei es einfach Gelaber, ich habe einfach wieder richtig Bock drauf, muss ich sagen und vielleicht ist wirklich noch der ein oder andere da von alten Zeiten, der mich noch kennt, paar Freunde, paar Leute, wer weiß. Ähm, wäre natürlich krass, wenn jetzt irgendwie Kalle zockt oder UG wieder da wäre, wäre lustig. Ich vermisse die Zeit ein bisschen, wobei ich jetzt tatsächlich Gaming-mäßig nichts mehr mache, also ich spiele weder Minecraft noch Outlast noch Xbox Switch, ja, ab und zu kann ich schlecht aufnehmen, das ist das Problem, würde ich gerne, aber geht halt nicht. Ähm, und auf Minecraft, ich weiß nicht, muss jetzt nicht sein, aber ich will auf jeden Fall in Zukunft das machen, worauf ich Bock habe und es wird wahrscheinlich eher Real-Life Stuff geben, also eher Sachen aus privatem Leben, Sachen, die mich interessieren, also Wetter, äh, Thema Musik, hätte ich auch wieder Lust drauf, ich habe ja einen Zweitkanal gehabt, wo ich so Rap-News gemacht habe und ähm, auch Reactions, so, da hätte ich auch Lust drauf, ich würde glaube ich echt alles auf diesen einen Kanal einfach klatschen, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock habt, vielleicht wollt ihr auch Gaming, vielleicht wollt ihr auch sehen, wie ich andere Leute auf der Straße anschrei, keine Ahnung, empfiehlt mir einfach mal irgendwas und ich gucke mal, ob das machbar ist, ob ich da auch Bock drauf habe und äh, ja, die Maske werde ich vielleicht ablegen, wir werden es sehen, man munkelt, ich muss mich bedeckt halten, ähm, vielleicht wird die auch erstmal bleiben, aber ich habe richtig Bock jetzt wieder irgendwas zu machen, auch einfach so Talk-Videos über irgendwelche Themen oder, ich weiß nicht, mal sehen, keine Ahnung, hat sich sehr viel getan in letzter Zeit, vielleicht werde ich auch die ein oder andere Real-Life-Story auspacken, vielleicht werde ich auch mal Livestream, keine Ahnung, schreibt einfach in die Kommentare, worauf ihr Lust hättet, ähm, und wenn ihr auf nichts Lust hättet, dann schreibt auch das in die Kommentare, wenn ihr sagt, ich soll wieder direkt aufhören, dann schreibt auch das in die Kommentare, mach ich aber nicht, weil ich hab Lust drauf. Also, ich würde sagen, das war's von dem Informations-Video, schaut euch das Unwetter-Video an von heute, kam um 18 Uhr, ähm, da habe ich das Unwetter gefilmt, was letzte Woche am Mittwoch auf Donnerstag passiert ist, also da ist ja, ja, da sind einige heftige Unwetter über Bayern gezogen und das habe ich ganz gut gefilmt, also da sieht man echt nice Sachen, das sind echt, auch die Blitze sehr gut eingefangen, sieht echt geil aus und, ja, gut, ist jetzt echt eine sehr spontane Entscheidung, dass ich anfange, ja, aber, ja, warum nicht, let's go, Leute, ich bin back.